Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam, bitte schaut euch das Video bis zum Ende an, persönlich ist das auch ein sehr wichtiges Video für mich und ich möchte kurz direkt auch schon anfangen, ich weiß nicht ob ihr das kennt, aber viele kennen inshallah Schwarzkümmel und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, überliefert bei Bukhari, im Schwarzkümmel gibt es Heilung für jede Erkrankung mit Ausnahme des Todes. Das sind die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und liebe Geschwister in dieser Welt, wenn man nicht was tut, bekommt man auch nichts, wenn man nicht was tut, bekommt man auch nichts, vielleicht wissen manche schon worauf ich hinaus will, damals habe ich das auch gemacht, damals haben wir Schwarzkümmelöl verkauft und wir haben auch Parfüme verkauft, diesmal jetzt wieder, denn ich meine wie will ich vorankommen, wie will ich dann mal heiraten oder sonst was machen, wenn ich doch nicht arbeite und alhamdulillah für alle, und wir bieten auch inshallah für jeden Einkauf von Schwarzkümmelöl 5 Seiten Rezept für die richtige Einnahme inshallah bezüglich dieser Sachen und bezüglich dieser Sachen, ich lese mal ein bisschen vor, für geistige Erkrankungen, für Asthma, Halsschmerzen, Gelbsucht, Nasenluten, Epilepsie, Migräne, Wassersucht, Leibschwäche, Schwindel und Kopfschmerzen, Fettleibigkeit, Magenschmerzen, für eine schönere Haut, für schwaches Haar und Haarausfall, für frühzeitiges Ergrauen der Haare, für Schwäche in der ehelichen Sache, für ein schönes Gesicht und eine helle Haut, gegen Verstopfung, Durchfall, Blähungen, grauer Starr und so weiter und so fort, mit Allahs Erlaubnis, und alhamdulillah, viele haben damals von mir gekauft und ein Bruder hat mir dann nach einem Monat geschrieben oder ungefähr so und sagte mir, Bruder, meiner Mutter geht es wieder besser, alhamdulillah, ich möchte noch einmal Schwarzkümmelöl kaufen und der hat mir sogar als Prämie ein bisschen mehr Geld gegeben und das ist eine schöne Sache, wenn man sowas hört, alhamdulillah, und liebe Geschwister, ja, es ist ein Werbevideo, aber wie gesagt, wenn ich keinen richtigen Job finde, wie will ich heiraten, wie will ich das machen, wie will ich jenes machen, wenn ich nichts mache, also muss ich was machen und ich möchte was machen, inshallah, wir haben hier auch 100ml Parfums, für den der Parfum mag, ja, ein schönes Parfum, auf jeden Fall, ein wunderschönes Parfum und wer das haben möchte, kann uns auch gerne anschreiben, wir haben auch Parfum, jetzt aber in dieser Größe 3ml, nur Öl, aber dafür mit dieser Art von Verpackung hier in Roll-In, dass man das halt so macht, 100%iges Öl, wir haben beides, unser Schwarzkümmelöl ist 100% authentisch, gefiltert und gepresst, inshallah, und die Saatgattung davon ist Nigella Sativa und das ist die richtige Saatgattung, inshallah, Saat oder Saatgattung, eins von beiden, das stimmt auf jeden Fall, ich möchte niemanden um Geld fragen, nein, ich möchte mir mein Geld selbst verdienen und alhamdulillah, über 95% gute Resonanz, wer mich unterstützen möchte, schreibt mich einfach an, in Facebook, in Instagram oder in Whatsapp und einige kleine Informationen bekommt ihr jetzt gleich eingeblendet und für Fragen oder für Bestellungen, wie gesagt, einfach anschreiben, Barakallahu Fikm für euer gutes Zuhören, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu